Ah, brauchen wir wieder keine Muni, oder? Scheiße, was ist hier los, Mann? Ich will aber noch, dass... Ich kann es nicht mehr lesen, oder? Scheiße, ich wollte das da hinten noch lesen. Ach, herrje. Gerade ist... Trinke ich noch eins, solange ich war... Weiß nicht, musst du wissen. Wenn du nicht warten kannst, dann ja. Ein Kurbelrad. Hab schon eins weg. Hm. Essen. Und hier kommt das Kurbelrad, ne? Am besten zwei. Jetzt hab ich Mist gebaut, oder? Oh. Auf einem Bein steht mir schlecht. Hab ich gerade Blödsinn gemacht? Was soll ich denn machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hä? Ich finde eine Feuerquelle und verwende Licht, um den Schatten zu bekämpfen. Aha. Du machst immer Blödsinn? Ja, schon. Ist ja das Problem. So, jetzt warte mal. So. 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 Jetzt, wenn ich da draufgehe. Ja, ich hab's verstanden, aber... Ah, okay, warte mal. Was muss ich denn machen? Versteh's nicht. Was muss ich denn machen, wenn ich es in der Grunde aufbauen kann? Fits perfekt. Oh. 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 Ah, also nochmal drehen, oder wie? Jetzt hat es passt. Alles klar. Es muss so sein. Mein Gott, bin ich blöd. Oder? Hä? Ich verstehe es immer noch nicht. Kannst du auf den Wagen springen? Ja, ja, ich wollte hier auch auf den Wagen, aber was soll ich hier oben machen? Das ist mein Problem. Was will ich hier oben? Wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich wieder falsch wahrscheinlich, oder? Hm. Weiß nicht, was ich da gerade getan habe. Ja, geh doch ins Boot, Mann. Ja, jetzt habe ich die Kuppel nicht mehr. Mist! Hm. Da komme ich nie wieder hin, oder? Nee. Da habe ich scheiße gebaut. Ah, kacke. Ich muss jetzt laden, oder? Ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das ist eine Basis für ein Crankwiel-Success. So. Nee, warte mal. Da muss man noch eins zurückgehen. Das ist kompliziert hier wieder. Ich drücke mir gerade so eine Guy-Fawkes-Maske. Was ist eine Guy-Fawkes? Hast du dein? Hallo, Pischi! Nein. Eine Glasscherbe. Um ein kleines Boot ins Wasser zu lassen, werden es zwei Mann benötigt. Versuchen Sie es nicht allein. Sobald eine Person sich am Boot sitzt, benutzt eine zweite Person die Seilwinde, um das Boot langsam ins Wasser hinabzulassen. Oh-oh. Oh-oh. Oh, meine Skills. Meine Schießskills sind heute wieder. Bam. 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 Geht nichts über Schokolade. Richtig. Und Cashews. Moment. Moment. Let's go. Wo sind die ganzen Gegner? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Entschuldigung. Ich brauche mehr Munition, bitte. Äh. Keine Ahnung. Oh. Wir konnten uns nicht entscheiden. Ich bin nicht sicher, dass ich wissen will, was drin ist. Bam. Fleisch mit irgendwas. Ich esse eh abends nichts schwer, weil sonst kann ich nicht schlafen. Da kriege ich nämlich Bauchweh. Also ich esse eh nur meine Käsebrezeln. Nur es geht immer darum, was er halt essen möchte. Wenn er von der Arbeit kommt. Aber er hat gesagt, er weiß es noch nicht. Also entweder kriegt er spontan irgendwie Bratkartoffeln mit Fleisch oder so. Oder ich mache ihm einfach, ähm. Ich mache ihm einfach Sandwich. Fleisch. Ja. Ih, Fleisch. Ich bin ja auch kein Fleisch-Fan. Ich esse manchmal Fleisch, aber nicht oft. Schmeckt mir einfach nett. Es gibt manche Sachen, die finde ich mega. Und manche Sachen schmecken mir gar nicht. Also. Ich kann auch gut ohne. Ich meine, ich war nicht umsonst. Äh. Vier Jahre Vegetarier. Drei Jahre Vegetarierin. Was müssen wir denn machen? Ah, wieder eine Feuerstelle. Okay. Wo geht's hier mit Käse? Näh. Käse ist das Beste auf der Welt. Bäh. Lade nach. Ach so, geht nicht. Ah, warte. Wir brauchen da Licht. Central Intelligence Bureau. Neue Befehle. Jagen Sie in die Luft. Wenn Sie nicht schon zur Lagerung an einem anderen Ort abgeholt wurden. Und wenn die Fässer entzündlich sind, stapeln Sie sie. Und zur Hölle. Versuchen Sie es an Orten zu machen, die den Zugang blockieren. Dazu gehören. Machen Sie diese Bereiche dicht. Keine Zeugen. Hallo Beechi. Bibi. Ich glaube, ich muss das sprengen. Bin mir nicht ganz sicher. Und hier sind lauter so rote Knöpfe. Irgendwas damit machen. Wetten. Ja, die funktioniert. Jetzt sieht man es gerade nicht. Es ist schon zu kalt. Aber danke. Ich trinke schon mit der. Jetzt sieht man leider den Ace nicht mehr. Aber voll geil. Ich habe sie vorhin schon ganz stolz präsentiert. Voll geil. Oh. Wir waren UFO. Oh. Oh. Ein UFO. Was macht da ein UFO? Ne, das haben wir noch nicht fertig. Aber das ist jetzt gerade gere... Ähm. Es ist released. Und ich wollte das... Auf das warte ich schon ewig. Wir müssen mal... Ähm. Die Tasse ändert. Ähm. Wenn sie warm wird, kommt... Ähm. Ace sein Gesicht. Das andere Spiel haben wir noch nicht fertig. Das müssen wir noch fertig spielen. Aber ich wollte jetzt erst das spielen. Weil das ist nämlich... Auf den Release warte ich schon. Dann etwas länger. Und deswegen spiele ich gerade das. Und das nächste andere... Spielen wir dann... Wann anders zu Ende. Die wollten dich empführen. Ja. Ich glaube auch. Was? 69? Eshi. Anspielungen? Ach so. Katze. Aha. Katze. Was willst du uns damit sagen? USS Thanatos. Das sage ich auch immer. Das war ich gar nicht. Komm mal, die Katze. Halten Sie sich von der Thanatos fern. Da ist es nicht sicher. Es gab einen großen... Das Zeug ist überall. Es ist auch hochgradig gefährlich, entzündlich und... So hoch fliegen wie ein Drache. Der Kapitän und seine Besatzung wurden in... Hinten geflogen. Nee. Hast du nicht verpasst? Jetzt könnte ich natürlich ganz coole Werbung machen. Aber wenn du es ja nicht verpassen willst... Dann guck doch auf YouTube. Ich hasse sowas. Ich kann sowas einfach nicht. Wie können Leute das machen? Nee, das geht nicht. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Sowas. Zu tun. Äh, äh. Das glaube ich dir. Okay, voll, voll, voll. Okay, okay. Ähm. Da leuchtet Licht hin. Äh, wenn ich jetzt wissen würde, was ich mache. Jetzt musst du noch was... Das mit dem Follow-Button zusammen über... Pitch Prime-Mack. Nee, ich kann sowas nicht. Jeder hat mir gesagt, du musst das besser öfter machen und so. Irgendwann was sagen. Nein, ich kann das nicht. Das ist so. Nee. Ich weiß nicht, wie andere Leute das können. Ich kann es nicht. Dankeschön für dein Haus, Belki. Dankeschön. Dankeschön. Was hängt denn da? Wie komme ich da hin? Du fühlst... Ja, genau. So ungefähr. Ich fühle mich dabei schmutzig. Richtig. Also auf... Ein paar YouTube-Videos ist so ein... Wenn jetzt auf der Seite ganz... Auf der ganz anderen Ecke Kommt jetzt in manchen Let's Plays schon so ein Button, wo steht abonnieren und so ganz kurz. Ähm. Aber nur bei manchen, nicht bei allen. Und da habe ich schon auf Twitter gefragt, ob das in Ordnung ist, weil ich mich da irgendwie so ganz komisch bei fühle, wenn ich das einfach so tue. Weißt du, ich habe das noch nie gemacht. Aber anscheinend ist das eine... Ist das sehr... Funktioniert das? Also seit Labyrinthine mit Nina, seit ich das eingefügt habe, habe ich acht neue Abonnenten nur durch diesen Knopf. Ich weiß nicht, ob es an den Knopf liegt oder ob es dann natürlich an meiner... an mir liegt, weil ich einfach toll bin. Aber... Ja. So, warte mal. Ich muss irgendwas machen. Ich kann das nicht anschießen, weil er dieser schwarze Schwäppel ist. Ich muss irgendwie... Kann ich... Geht mit dem nicht weg, ne? Ne. Was muss ich denn machen? Quatsch, da brauchst du dich nicht... Ja, aber das ist immer so. Ich habe das noch nie gemacht und so. Ja, das kann ich dir nicht wirklich erklären, weil du hast ein anderes Programm wie ich. Du kannst dir nur erklären, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, mein Date wird heute nichts mehr. Ja, irgendwie. Vielleicht haben die dich vergessen. Nee, da geht's nicht lang. Prost, Wolli. Prost. Ich weiß nicht, was ich machen muss, Leute. Oh, was ist das? Das nehme ich mit. Das nehme ich sogar gerne mit. Komisch wird's erst, wenn man überall im Video und Stream was von Patreon sieht. Hä? Was ist Patreon? Mein Streamlabs hasst mich. Das hängt zur Zeit so oft. Jetzt hängt es zum Beispiel wieder. Jetzt sehe ich leider gerade den Chat nicht. Oder was ihr halt schreibt. Baut jetzt kurz und dann kommt's wieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber warte mal, was ist hier? Nee, da komme ich nicht rüber, oder? Boah, krass. So was wie Onlyfans ohne Bilder. Was ist Onlyfans? Wie läuft diese Sache mit dem Verstand? Ernsthaft, Jenny? Gut formuliert, Wolli. Hätte ich jetzt gleich wieder geschlagen, Niki. Ich werde immer geschlagen von Niki. Aha, okay, alles klar. Online-Prostitution also. Okay, gut. Gut zu wissen. Aha, okay. Gut zu wissen. Wie, da ist ja eine Niki. Ja, die ist da irgendwie schon länger da. Haut zur. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ein großes Problem. Achso, du warst nicht da. Achso, ja dann. Ich habe ein großes Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tanathos will dich hier nicht. Okay. Panos will mich hier nicht. Die Sache wird merkwürdiger. Ja, ja, Hans. Hans ist da. VIP-Mitglied. Hans heißt da der Horny Raccoon oder so. Diese Liebe. I feel sie. Oh. Äh, wie bitte? Äh, wo bin ich hier? Nein, nein. Das war geplant. Uh. Uh. Was? Passiert da was, wenn du diese Fässer nicht... Ja, da ist Schwöppel am Boden. Und der Schwöppel ist ein böser Schwöppel. Und der böse Schwöppel zieht mir... Zieht mir Leben ab. Und es gibt noch... Es gibt den bunten Schwöppel und den... Und den schwarzen Schwöppel. Uh. Das habe ich nicht geschafft. Nochmal von vorne, oder? Die... Das ist... Ah, nee. Gott sei Dank nicht. Das ist echt blöd mit dem Laufen. Der fängt erst ab einer gewissen Zeit das Laufen an. Ups. Böser Schwöppel. Ja. Ein ganz böser... Aber ich mag nur gut... Ja. Ich mag nur Schwöppelschwappels. Ich mag keine Schwöppel. Schwöppel sind böse. Schwöppelschwappels sind gut. Das ist mein kleines Schwöppelschwappel. So schaut's aus. Was ist denn hier los? Nee, das ist voll real alles hier. Oh. Viele, viele buntes, Martis. Was ist hier? No luck. Hä? Jo. Hey, was ist hier los? Verändert sich? Ähm. Kennen wir die noch? I got the key. Ooh. Oh. 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 Smoking. Vielen Dank. Ein Monstrum. Gras in der Tüte. Wäre doch mal was. Wäre doch mal was. Wie läuft es seit den 40ern? Skun. Echt, du da? Komm und Jerry. Echt, du da? Cool. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit einem ganz Katzen und Maus. Also ich habe mal meine Nahrung mal angeschaut. Die besteht aktuell morgens aus einem Apfel oder Banane und einem Protein. Ich stelle mir eine Reißengleiche an und eine andere Reißengleiche an. Baby Venom. Also du isst mehr wie ich, glaube ich. Aber das, um Gottes Willen, das hat sich jetzt voll böse angehört. Das war jetzt gar nicht böse gemeint. Sorry, das hat sich voll böse angehört. Das war nicht böse gemeint. Ja, ja, also... Was ist jetzt? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich esse allgemein ziemlich wenig. Deswegen ist es für mich halt schon viel. Aber das war gar nicht böse gemeint. Wollte dich jetzt nicht verurteilen.